So, und da bin ich auch schon wieder und es hat einem gar nichts gebracht, weil ich die zwölf Minuten schon überquatscht habe, die ich bei YouTube hochladen darf. Und deswegen, was soll's, muss ich halt wieder schneiden. Aber ist ja auch noch ein bisschen mehr Arbeit. Und das halte ich schon auch irgendwie aus. Ist ja nicht so, dass ich so arg faul bin, um das noch zu schneiden. Und wir haben nur zu wenig Sand. Brauchen wir Sand. Sand. Das kann ich gleich hier machen. Ja. So, noch ein bisschen zu wenig Sand. Und jetzt brauchen wir auch noch Erde. Erde, 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 Erde. Das hat mich so hässlich gewissen. Langelang, langelang. Das ist nicht schön, ne? So, jetzt haben wir etwas mehr Sand. Und... Aha. So. Ein bisschen Kohle rein. Ich müsste eigentlich für diese Zwecke reichen. Ja, das sieht toll aus, ne? So schön viel Wasser. Ja, toll. So. Und das dann falsch. Und das kommt auch noch weg. So. Jetzt. Wie viel Klasse haben wir jetzt wieder hier? Äh. Noch nicht so viel. Jetzt brauchen wir noch dringend eine Stonehill, ne? Ja. Ja, das war es vergessen. Ja, egal. Um uns Samen zu holen. Und ein Hund. Von wieder. Ja. Ja, auf einem Welten lassen keine Hunde. Aber hier. In Sekunde. Ich denke, wir werden doch irgendwann hier noch eine andere Lasspläne bleiben, nicht nur in der Mannschaft. Aber da muss ich jetzt das Spiel holen. Und das, ja, wäre durch. Warum noch einmal Samen? Komm. Warte hin, sind ja welche. Hallo Hund. Und nein, wer denn will, dass ich den Hund schlage, das könnt ihr vergessen, weil der Hund bringt mich sonst um. Ja. Die Hunde sind aggressiv, wenn man sie schlägt. Das wird die wahrscheinlich doch auch werden. Und lasst euch hier freiwillig schlagen, hier. Glaube ich nicht. Sonst komme ich gerne vorbei. Oh, Mist. Jetzt nehmen wir uns noch mehr Land hier raus. Und auch in die Hunde rein. Das könnte doch mal ein Kripper, wenn es irgendwo hier rein rennt. Und unsere Basis zerfetzt. Kommt ihr auch sofort in eine Tür rein? Kommt ihr doch schnell? Kommt ihr doch schnell? Ah, toll. Ich liebe diese Türen. Und wir brauchen noch mehr Kohle. Okay, ich glaube das reicht insgesamt. Kohle für das Glas. Hoffe ich mal. Ja, das passt schon irgendwie. So, und 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 so. Das ist kein Zack, Zack, Zack mehr, das ist so, und so, und so, und so, ne? Weiß euch lieber ein Zack, Zack, Zack oder ein so, so, so. Könnt ihr mal auch sagen. Ich halte jetzt einfach mehrere Teile auf einmal hoch. Dann kann ich ein paar Tage Zeit lassen. Was da drumherunter mag der Planschen. Ja, der mag Planschen. Deswegen muss ich jetzt halt den Ofen bauen. Na, okay, Lust dazu. So müsste es eigentlich auch passen. Es dürfte eigentlich nichts mehr reinkommen. Hm. Schaufel. Ja, ich weiß, das war irgendwie unnötig. Aber, das Wasser fällt, wenn ich nicht über die Felder latschen müssen. So. So, eigentlich fertig werden. Oh, also, wir haben noch zwei Sachen. Ich hasse erst zu warten. Oh, so lange können wir da auch Holz packen. Tür zugemacht. Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Willst du rein? Na, bist du hier rein? Komm. Komm. Na. Was war ein Angebot? Leben nicht. Ich war noch die Zomme, die ich... Fleisch und Blut So, und es hängt noch ein bisschen Ich hoffe mal, jetzt werden die Bilder auch etwas größer auf YouTube Letztens mal irgendwie etwas komisch Ich versuche, mein Bestes es gut zu machen, dass ihr auch schön schauen könnt und ich Augen anschreien müsste und so ein kleines Bildchen anzuschauen Aber ihr könnt es eigentlich auch von selbst vergrößern Wenn ihr auf Expand drückt Und es wird nach Jetzt kommen die bösen Zombies und wollen mich fressen Waaaah Oh 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 und die den Treck kann ich da rein tun machen so ein paar Fackeln und eins weiß ich auch noch nicht warum drücken wir so viele eine Maustaste drauf hier wenn du jetzt mehrere Sachen holen würdet, das ist viel besser wenn man zwei Maustasten nimmt das geht viel schneller da kann ich noch mal rein kommen oder? Nein, da kann ich nicht rein kommen das geht es viel schneller mit zwei Maustasten mit zwei Maustasten abzuhetzen ja es ist Nacht und ich denke mein heutiges Desplay ist auch wieder schon zu Ende ich habe einen Garten ausgebaut mit Getreide, was ich da anpflanzen kann und dann Brot machen kann dass ich meine armen Herzen wieder auffüllen kann das war's, bis zum nächsten Mal auf Wiederschauen